Hallihallöchen und Willkommen zurück hier bei TheTribus. Ja, es ist Karsamstag. Es ist Karsam... Ja, jetzt ist gut hier. Es ist Karsamstag. Und ihr seid wahrscheinlich alle schon total in Osterstimmung, hä? Seid ihr in Osterstimmung schon? Oder wie habt ihr das so mit Ostern, hm? Also eher so Osterstimmung, nicht Osterstimmung. Ich bin überhaupt so gerade aktuell gar nicht in Osterstimmung. Ich weiß gar nicht warum. Keine Ahnung. Irgendwie so, ne? Das Wetter ist auch ganz komisch. Und ich weiß es nicht. Das Wetter gefällt mir auch echt gar nicht. Das Wetter ist echt so... Irgendwie, keine Ahnung. Kann ich gar nicht sagen. Das Wetter ist echt bescheiden. Irgendwie ist das Wetter ganz... ganz banal, ganz komisch so. Ich weiß es gar nicht. Ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Komisches Wetter einfach. Es ist einfach komisches Wetter. Einigen wir uns da drauf. Komisch Wetter. So, schauen wir mal. Was haben wir denn hier? Haben wir uns nix zugeschickt? Klage, okay. Oh, da haben wir uns zugeschickt. Das ist doof. Das ist aber doof. Haben wir uns da letztes Mal echt nix zugeschickt? Das ist äh... naja. Kann ja mal passieren. Dies, dad. Titi. Gau! Lalala. Falala. Falala. Falali-oalalala. Falala. 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 Falari und Falara. Ich guck noch mal. Aber ich glaub, mehr hatten wir uns jetzt echt nicht mehr geschickt. Da hatten wir's, ne? Binden. Ne, mehr hatten wir einfach nicht. Mehr gab's einfach nicht. Okay, das müssen wir uns noch zuschicken. Das hab ich jetzt auch verstanden. Die, die, die. Die, die. Zack. Da, 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 da. Da, 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 da. So. Das machen wir eben hier, ne? So diese 3-Minuten-Gedönse. Ist ja auch nie verkehrt. Es ist nicht unbedingt verkehrt. So. Wir haben ein schönes, ne? Schönes Level. Das muss man ja auch mal sagen. Wir haben ein wunderschönes Level. Mr. Level. Uu. 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 Wir wissen nicht, was damit zu tun. Was haben wir uns denn hierhin geschickt? Fressi, fressi und ein bisschen... Oh, oh. Moment, kleiner Tiger. Bäm. Sehr große Klasse. Müssten wir eigentlich... Naja, kriegen wir auch noch hin. Da müssten wir eigentlich noch mal so eine Fressbude basteln. Eigentlich brauchen wir da auch noch mal eine Fressbude. Hoppa. Fressi, buden. Fressi, buden. Boah. Wenn du sonst nichts hast hier, ne? Fliegen, die sind dir sicher. Fliegen sind total sicher. Die hat man. Blöden Viecher. So. Können wir denn jetzt schon mal wieder Häuser bauen? Oder sind die immer noch nicht... Ne, können wir noch nicht Zufriedenheit mal wieder noch höher kriegen? Zufriedenheit. Zufriedenheit. Ah ja, da fehlte uns auch noch so einiges. Wir lernen. Ja, da peu. Wir kennen uns auch schon mal wieder. So. No, das macht es so gut. Ja, da sind die meisten. Ich bin ganz schön. So. Wir kennen uns doch mal so ein bisschen was. Wir kennen uns doch nicht so viel zu machen oder waren. Hmm, ich bin so... Ich bin so richtig. Ich bin so richtig. Das bin so richtig. Ein Mann. So. So, ein paar Video-Allele. Nein, mach das doch nicht. Pass auf. Hier nehmen wir auch Fressi-Fressi von. Und schicken schon mal ein Teil Fressi-Fressi nach dort. Dann nehmen wir Sandi-Sandi. Und schicken auch einen großen Teil Sandi-Sandi nach dort. Aber wir haben noch ein bisschen Sandi-Sandi, glaube ich. Das brauchen wir. Wir wissen nicht, was damit zu tun ist. Okay. Okay. So, das sieht doch eigentlich gut aus hier. Der verteidigt hier. Ja, ja. Das ist gut. Das ist auch gut. So, jetzt geht's nur ans Kohle verdienen, ne? So. Das Antoll der Ahnen. Wer konnte es erahnen? Ja, ich hab gesehen, da ist wieder Fressi-Fressi fertig. Ja, es tut mir leid. Ja, 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 ja. Okay. 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 So. 5k 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 Achso, unser kleines 100 Gold Geschenk Ist nicht viel Aber dann spüle ich auch mal gern mit Priel So, hatte ich nicht hier irgendwo noch was freigemacht Ne, hatte ich nicht, ne? Oder? Ne, da brauchte ich irgendwelche Briefe Ach, da musste ich diese Ferngläser hier finden Okay Genau, da musste ich diese Ferngläser hier Finden Achso Sommerhaus Ja, für das Wigwam Das wird wohl was dauern č Just Just Il Cuid Aber, ja, wir könnten, wir könnten, wir könnten ja mal gucken. Wir könnten noch ein Volleyballfeld hier hinsetzen. Achso, ne, der kann da sitzen bleiben. Eine Dino-Höhle halte ich jetzt nicht so für spaßig. Oh, wo ist denn jetzt? Wo ist denn jetzt das? 3.200. Ja, komm. Muss ja auch mal sein. Muss ja auch mal sein. Oh, ja. Äh, damit haben wir das schon erledigt. So, warte mal noch mal zur Insel der Antike. Noch mal zurück. So. Ins Rüpplingshäuschen. Hey, wir haben Kliva. Ja, 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 ich hab's mir gekürzt. Das ist so spaßig. Dann gehen wir zum Maulagin, du. Genau da hatten wir freigeschaltet, ne? Oder waren wir am Freischaltetit hin. Uiuiui, wie sieht's denn hier aus? Alles zugewuchert. Okay. Yo. Wie soll'n das? Welche Aufgabe? Achso. Komisch. Dann muss ich probieren, später. Das ist mein. Mein. Das ist mein. Das ist mein. Okay. 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 Zan-Zan Zan-Zan Aus dann Die 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 Das Mein Ich Du hast mich nicht vergangen. Merlot! Merlot ist schreckend. Einnahmen Und Einnahmen Sehr gut, alle am Arbeiten Ganz klasse, ganz klassisch, ganz klasse Da sind wir auch schon Bei 20 Minuten Also warte mal Ja, da sind wir auch schon So, dann kommt das nämlich hier wieder rüber Zack Ja, da sind wir auch schon Ja, da sind wir auch schon Ach ja, das war so teuer alles, ne Ich erinnere mich Leider Ich erinnere mich leider daran You need to try later We do not know what to do with this So, lass mal gucken Berg vor Land Hallo Okay, wir haben ein bisschen was Fressi, fressi Das geht dann auch nach da Hier ist auch noch fressi, fressi Das geht dann nach da So, dann müsste jetzt Fressi, fressi Eigentlich fast aufgebraucht sein Oder Ah ne, wir haben noch keinen Sammler Ha, 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 ha So, die Na, hör auf Warte mal, nicht so weit mit mir hier Ich erinnere mich Warte mal, warte mal Arbeit, Arbeit Arbeit, Arbeit Lalalalalala 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 Okay Käse, Käse, Käse Oh, Käse, Käse Es ist der Käse 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 So, lass mal gucken Machen wir mal Karte So Warum denn jetzt? Habe ich falsche Inseln geklickt, oder? Ich habe bestimmt die falsche Inseln Nee, hab ich nicht. So, jetzt ist der Cup der Fischer. Oh, schan, 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 schan. Lalalala. Ramssata. Rumstata. Rumstata-tata-tata-tata. Rumstata. Rumstata. Rumstata, rumstata-tata. Ja, ja, ja. Äh. Äh, Mist. War ich denn jetzt dran? Ich weiß gar nicht mehr, wo ich dran war, ey. Äh. 30? Ich war irgendwas am Machen. Ich weiß aber nicht mehr was. Hm. 20? Ich muss doch mal noch mal ein paar... Ah, ja, ja. Ja, da war ich nicht dran, okay. War ich da dran? Wahrscheinlich, ne? Ich tippe es fast. Würde mir auch ähnlich sehen. Hm, 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 hm. Würde mir jetzt auch sehr ähnlich sehen. Ne, das lassen wir so. Das lassen wir mal so. So, wir gehen jetzt erstmal... Erstmal die Nachbarn hier besuchen. Erstmal gucken wir, Geschenke, Wunschliste. Was habt ihr denn hier? Die, der hat das, die Petra hat das. Ich hätte auch gerne mal wieder Geschenke, ne? Freunde, ne? Damit ihr Bescheid wisst, ja? Ja? Ich guck heute Abend rein. Wehe, da sind keine Geschenke für mich. Dann werd ich aber, ne? Hier, also... Pah! Da werd ich aber... Dann werd ich aber ganz, äh... Ne? Könnt ihr euch schon mal in, in Angst und Wolle, äh, begeben? Also nicht Wolle, sondern Wolle. Moment, Wolle ist ja was Schönes. Naja. Ihr wisst, was meine... Oh, ah! Sooo, die Babs, die hat auch dieses... Äh, ne? Zeus? Macht eigentlich gar keiner mehr hier, äh... Wettbewerbe? Oder liegt das irgendwie... Hab ich irgendwie die Connect nicht mehr, äh... Muss ich mir echt mal die Tage nochmal anschauen? Ne, das wollte ich nicht. Äh, muss ich mir echt mal die Tage wieder anschauen, wegen die ganzen... Wegen den Connects irgendwie... Weiß nicht, ob ich noch den Facebook-Connect hab. Was soll sein, dass irgendwie der Facebook-Connect nicht mehr da ist? Dann krieg ich natürlich auch keine Geschenke, ne? Dann ist es klar. Wir wissen nicht, was hier zu tun ist, oder? Was ist das nicht? Ich weiß es nicht mehr. La, la, la. La, la, la. Mila ist so... Ne, ich weiß es nicht. Ich komm nicht mehr drauf. Ich mein, Mila Superstar war das damals. So, haben wir jetzt auch nichts mehr. Ist auch gut, oder nicht gut. Na, dein Nachbar, nein. Nachricht. Ah, okay. Ne, das wollen wir so nicht. So. Das wollen wir nicht. So. Ne, das wollen wir auch nicht. So, wir wollen nach Hause. Na, Haus. Na, Haus. Ding, 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 ding. So. So. Ich weiß ja noch nicht, ob das alles hier hinpasst. Und genau Aus. Ding, 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 lived. So. Ach, das kann ich jetzt nicht verschieben. So Mist, aber auch. Naja. Kann ja nicht alles haben. Aber jetzt kann ich es gleich verschieben. Ach, 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 ach. Der würde da hinpassen, okay. Das wollte ich ja nur mal wissen. Na, na, na. Fliege, Mann. 25. 19 haben wir gerade mal erst. Soll ich denn das machen? Ja, den einen müssen wir freilassen. Ehe. Jetzt klappt das nicht. Ja, sonst klappt das gar nicht. Mit der nächsten, äh, wenn die alle frei sind. Puh, 20 haben wir. Naja, dann machen wir das nächste Mal. Auf jeden Fall, Freunde, vielen lieben Dank fürs Zuschauen und euch frohe, frohe Ostern. Dicke Eier, etc. Pippi, ja. Ähm, Ciao mit V. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.